Ihr Lieben, wir laden dich ein. Wir laden dich ein zu einer ganz speziellen Silvesterparty. Online, live, via Zoom. Sozusagen als wärest du direkt mit uns. Wir feiern die neue Zeit und wir gehen in den Raum der tiefen Leichtigkeit. Wir starten mit einem Jahreschanneling aus dem göttlichen Feld der Wunder. Machen dann eine kurze Pause, um die Frequenzen zu spüren und zu verarbeiten. Und gehen weiter mit einer Mediklang. Worten und Klangfrequenzen, die dich noch einmal ins alte Jahr hineinführen. Um zu segnen, was zu segnen ist, zu transformieren, was zu transformieren ist und abzuschließen. Und von hier aus öffnen wir die Portale für dein neues Jahr. Für all das, was du in 2022 erleben und leben willst. Wir manifestieren und wir bringen das auf die Erde, was du dir wünschst. Und last but not least wird es eine Feuerzeremonie geben. Und hier geben wir alles hinein, was sich verwandeln darf, Licht, leicht werden darf, was transformiert oder geheilt werden soll. Wir freuen uns riesig drauf. Und wenn du dabei bist, online, live via Zoom, dann wirst du sehen, das ist fast, als ob du direkt Hand in Hand mit uns gehst. Es wird sehr intensiv und ganz besonders und es ist eine Silvesterparty für die neue Zeit. Denn wir feiern das Leben. Ich liebe dich. Danke, danke, danke. Also freu dich auf eine wundervolle Zeit. Wir freuen uns auf dich. Danke. Danke. Danke.